Ich will dann auch entspannt nach Holland fahren, ohne dass man glaubt, ich würde da mit Tonnen an Weed zurückkommen, ja, was ja völliger Bullshit ist, weil ich ja auch überhaupt gar kein Kiffer oder sowas bin, aber ich hab auch keinen Bock, mich jedes Mal dann, oh, und dann haben sie irgendwelche Waren dabei, Gras und Teile, ich sage nein, ich bin Gegenteil, so wie Schwarz und Weiß, Gegenteil, so wie Quadrat und Kreis, Salat und Fleisch. So, es ist mal an der Zeit, ich werde mich mal dem Fragen des Valomats stellen, ja, ich möchte nämlich mal wissen, was würde ich denn wählen, beziehungsweise was hätte ich gewählt, sagen wir es einfach mal so, dann werde ich jetzt mal die Fragen vom Valomat beantworten, ich bin sehr gespannt, ja, was mir da gleich so für unfassbare, tolle und hochqualifizierte Fragen gestellt werden. Und ich versuche alles wirklich wahrheitsgemäß zu beantworten, ich sage euch so, wie es ist, ja, also ich werde hier nichts vorspielen oder sonst irgendwas, ich würde das jetzt so ausfüllen, wie wenn jetzt die Kamera aus wäre, ja, weil mir ist ja wichtig, dass ich hier authentisch bin und nicht, dass ich euch hier was vorspiele und damit man sich hier als wunderbaren, super gut Menschen verkauft, ja, deswegen, ich werde jetzt den Valomat hier mal machen und wir legen auch direkt schon los. So, ich nehme mal an, ich muss auf Start drücken und das werde ich jetzt auch machen, mal gucken, was die erste Frage ist, ja, EU-Steuern, ja, ich kann mich auch mal kurz hier hin, weil mich größer, also, das ist die erste Frage, ach, eine von 38 Fragen, ach du Scheiße. Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen? Ne, ne, auf gar keinen Fall, äh, das wäre ganz gefährlich, glaube ich, wenn die EU hier irgendwelche Steuern erheben könnte, weil, äh, irgendwann will man ja Deutschland verlassen und schön in Steuerparadiesen leben, aber ich glaube, gibt's überhaupt in Europa ein Steuerparadies? Ich glaube, ja, Zypern oder so, gehört das noch zu Europa? Ich denke schon, stimme nicht zu, dürfen nicht erhoben werden von der EU, am besten gar keine Macht für die EU. So, jetzt ist es wieder zu lang, dann mache ich mich kleiner. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Wer hat denn jemals gesagt, dass sie da abgeschafft werden? Die tun ja so, als ob das schon längst beschlossene Sache wäre. Wer hat denn jemals gesagt, dass das überhaupt schon so ist? Ne, natürlich, ja klar, stimme zu, sie sollen für immer und ewig zugelassen sein. Kommt mir nicht mit euren Elektroschrott-Scheiße da um die Ecke. Verbrennungsmotoren für immer und ewig, sei denn, wir fahren irgendwann mit Wasser, dann würde ich sagen, alles klar, lass uns mit Wasser fahren. Noch besser, vor allen Dingen auch günstiger, stimme zu. So, die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Boah, was ist das jetzt für eine Frage, eine Seenotrettung, also worauf jetzt bezogen? Ist das jetzt so eine gefährliche Frage, die mich aufs Glatteis führen soll? Was heißt denn jetzt eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer? Was ist denn jetzt gemeint mit Seenotrettung? Meinen die jetzt damit, wenn jetzt jemand schiffbrüchig ist und dass man da schnellstmöglich mit der Seenotrettung hin müsste, oder was? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja, ich weiß, dass sie die Flüchtlinge meinen. Ja, also ich bin ganz ehrlich, da ich ja kein Unmensch bin und jeder Mensch sollte natürlich selbstverständlich gerettet werden. Ja, ganz gleich, was sein Anliegen ist. Ich weiß natürlich, dass sie alle nach Deutschland wollen, aber jetzt jemanden ertrinken zu lassen, so asozial wäre ich jetzt nicht. Ja, ich würde schon sagen, wie sollte man retten? Aber warum soll die EU eine eigene Seenotrettung dafür installieren? Das weiß ich nicht. Boah, kann ich nicht sagen. Das ist jetzt schwierig. Eine eigene Seenotrettung. Ich meine, jedes Land hat doch seine Seenotrettungen, oder? Was hat die EU damit zu tun? Deswegen sage ich, ich stimme nicht zu. Deswegen, komm, weg. Die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Nein. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Ja, guck mal, es sind wirklich ernsthaft, es sind gefährliche Fragen, die hier gestellt werden, weil der Otto Normalverbraucher da draußen, der sowieso nicht den Wahl-O-Mat macht, der ist ja viel zu dämlich für. Aber das sind natürlich hier gefährliche Fragen, die gestellt werden. Also ich bin, ganz wichtig, ich bin für eine saubere Landwirtschaft, ich will es kurz erklären, eine saubere Landwirtschaft ohne den Einsatz von Pestiziden, ganz wichtig. Glyphosat darf nicht verspritzt werden, gar nicht, am besten so wie damals, wie ganz, ganz damals. Deswegen, aber ich weiß ja, was die hier meinen. Ja, weil die wollen einen nämlich jetzt aufs Glatteis führen und wollen dann sagen, vorrangig ökologische Landwirtschaft, damit wollen sie einen nämlich in die greener Agenda verfrachten. Und das ist nämlich das, was sie machen. Deswegen bleibe ich jetzt mal neutral. So. In Deutschland soll der Euro durch die nationale Währung ersetzt werden? Ja, absolut. Ja, ganz ehrlich, Leute, auch wenn ich jetzt groß geblieben bin gerade. Ja, definitiv. Und da könnt ihr mich von mir aus auslachen. Ihr könnt mich von mir aus da auch als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Ich will raus aus dem Euro und ich will wieder eine eigene Währung haben und deswegen stimme ich zu. Eigene Währung, definitiv. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich, auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Alter Falser, ey. Das sind wirklich die wahren Probleme dieser Welt, womit wir uns hier beschäftigen. Also wirklich ernsthaft. Was ist das denn wirklich? Ich will gar nicht mich jetzt länger mit dieser Frage auseinandersetzen, deswegen ich stimme nicht zu. So, ganz einfach. Die Jagd auf Wölfe soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Oh, schwierige Frage. Jagd auf Wölfe. Oh, das ist jetzt schwierig, Freunde, weil es ist ja so, es kann ja tatsächlich dazu kommen, es gibt ja einige Gebiete in Deutschland, zwar sehr, sehr wenige, wo es noch klassische Wölfe gibt. Ich sag jetzt mal so, Angriff auf den Menschen ist, glaube ich, irgendwo im Promillebereich, ne. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass aber auch der Wolf leider, der macht's nämlich auch leider mal, genauso wie der Fuchs, der kann aber auch für Bauern gefährlich werden. Und zwar, wenn der da auf einmal ein paar Rinder reißt oder sowas oder da irgendwo in so einem Schafsgebiet ist und dann reißt der dort die Schäflein. Und das ist natürlich dann auch so, wo man halt sagt, das ist auch scheiße, ne. Weil es ist eine schwierige Frage, also aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, wenn Bauern wirklich Probleme da kriegen könnten von Wölfen, die im Rudel angreifen, würde ich tatsächlich sagen, ich stimme zu. Aus meiner tierfreundlichen Sicht gesehen, würde ich sagen, ich stimme nicht zu, weil ich natürlich dem Wolf nichts Böses wünsche. Er ist ja auch ein Lebewesen, so wie wir auch alle und deswegen sage ich neutral. Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Nee, natürlich nicht. Ich stimme nicht zu. Auf gar keinen Fall. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Ich finde, dass sie überhaupt keine außenpolitischen Entscheidungen treffen sollten. Deswegen, ja toll, wenn ich sage, ich stimme nicht zu, ist es ja einstimmig dann. Ich stimme nicht zu. Manchmal will es nicht, ne. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Ja, stimme ich zu. Auf jeden Fall. Die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weiter Befugnisse erhalten. Nein, stimme ich nicht zu. Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunkstärken finanziell fördern. Absolut nicht. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Ich stimme zu. Aber, hallo Meister, bei den Wahlen zu europäischen Parlaments sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. Ach so, jetzt verstehe ich. Die wollen damit halt sagen, dass Frauen und Mann gleich viel ist. Also, ich bin ein Verfechter von, wer der Beste im Job ist, der soll auch den Job bekommen. Also, bei Politikern kann man sagen, da kann man es ja komplett einstampfen. Ist ja scheißegal, wer da ist. Aber wir reden jetzt mal von normalen Dingen. Ja, für mich hat derjenige den Job verdient, der am besten ist. Und mir ist scheißegal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und ich gehe nicht nach irgendwelchen Geschlechtern und gucke, dass da eine Firma gleich viel Frauen und gleich viel Männer beschäftigt. Das ist so der größte Mumpitz. Ja, das ist vollkommen bescheuert. Also, wenn Männer für diesen Job gut geeignet sind und sie die Besten bei den Bewerbern waren, dann kriegen die Männer den Job. Und wenn die Frauen die Besten von den Bewerbern waren, dann kriegen die Frauen den Job. Ganz einfach. Also, ich stimme zu. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. Also, die soziale Grundsicherung, also ich nehme an, damit ist jetzt gemeint, Hartz IV oder Bürgergeld hier in Deutschland. Also, ich bin ehrlich, ich finde schon, da ist die Frage natürlich jetzt nicht gestellt, aber ich finde schon, dass es auch in anderen europäischen Ländern sowas wie Arbeitslosengeld geben sollte. Ja, eine Grundsicherung, weil auch diese Menschen haben ein Recht darauf zu leben, ohne sich bei irgendwelchen Arbeiten zu versklaven. Aber hier steht ja die Höhe. Also, die EU soll die Höhe vorgeben. Oh, das ist egal, was man wählt. Das ist wie Pest und Cholera, ne? Das ist das Problem ja hier wieder. Weil im Endeffekt irgendein korrupter Staat, der sagt dann, ja, die kriegen dann 10 Euro. Und die EU sagt, die kriegen 11. Das ist ja beides der gleiche Scheiß, ne? Deswegen, ich muss hier leider auf neutral klicken. Es tut mir leid. Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. Ja, natürlich, selbstverständlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, na klar, Desinformation ist ja heutzutage, wenn du schreibst, ja, dass die Corona-Impfung gefährlich werden kann für Leute. Und dass es Tote durch die Corona-Impfung gegeben hat, ja. Und dann ist es ja schon Desinformation. Also, natürlich, ja, selbstverständlich. Es soll sich von der EU hier geregelt werden. Ja, dass die EU sich da einmischt und dann so Filtersysteme macht. Ja. Ja, Stimme zu, natürlich. Oder ja, genau. Oder wenn man schreibt, zwei Geschlechter, ja. Das ist schon Desinformation, wenn man sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Ach, du Scheiße. So, jetzt kommen wir wieder. Naturschutzgebiete ist eigentlich ein wichtiges Thema. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Oh, Leute, da rennt man bei mir offene Türen ein. Ich bin ehrlich zu euch, Leute. Sage ich euch, wie es ist. Ich bin der Verfechter von wirklichem Naturschutz. Also wirklich richtigem Naturschutz. Und nicht von dem Schwachsinn da, den die Klimakleberchen da machen. Ich rede davon, dass wir unsere Wälder schützen und so weiter. Weil ich bin nämlich ein Freund des Waldes. Und diesbezüglich stimme ich tatsächlich zu. Hoffentlich machen die auch was Richtiges und machen da nicht irgendeinen Scheiß. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Nee. Das ist wieder auf Linie bringen. Deswegen, ich falle hier gar nicht drauf rein, ich stimme nicht zu. Das ist auf Linie bringen, ist das. Die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren. Ja, ja, klar. Ja, ich stimme nicht zu. Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. Da bin ich ja ganz ehrlich zu euch. Im Endeffekt ist es so, man muss ehrlich sein, dass sowieso die Erde von oben bis unten ausgeraubt wird. Ich sag jetzt mal, die Meere werden kaputt gefischt. Ja, dazu werden Tiere verdrängt. Tierlebensräume werden eingeengt und so weiter. Deswegen stimme ich zu. Aber höchstwahrscheinlich seid nur dazu da, um uns zu implementieren, was Nahrungsmittel angeht. Aber ja, da soll sich halt jeder mal einen schönen Teich machen. Da könnt ihr da die Fische selber züchten. Dann könnt ihr die danach essen. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Natürlich. Klar. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Das ist jetzt auch wieder so eine gemeine Frage. Ich sag mal so, ja, mit Sonderregelungen. Und zwar, damit ihr mich versteht, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist und sie aufgrund dessen einen Schwangerschaftsabbruch in die Wege leitet, dann sage ich, dass er straffrei bleiben soll. Wenn aber eine Frau einfach ein bisschen zu viel rumpimpert und dann einfach nicht aufpasst und dadurch ein Leben entsteht und dann zu sagen, ach nee, ich hab doch keine Lust, finde ich schon, dass da man eine gewisse Strafe walten lassen sollte in der Form, weil man nicht einfach grundlos Lebewesen töten sollte, meiner Meinung nach. Weil ich meine, es gibt Angebote, es gibt Pflegefamilien und so weiter. Ich finde schon, dass die Frau es austragen sollte, das Leben wenigstens auf die Welt bringen sollte und es dann an wunderbare Pflegefamilien geben, also die auch wirklich sich dann liebevoll um das Kind kümmern, um dem Kind dann wirklich auch ein normales Leben zu schenken, statt es abzutreiben. Ja, aber wie soll ich jetzt hier, ich kann ja jetzt nichts, ich sag ja, mit einer Sonderregelung, ne. Deswegen muss ich auf neutral klicken, weil ich kann es ja jetzt hier nicht hundertprozentig beantworten. Es sollen wieder dauerhaft Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Also das ist so eine Sache, nee, ganz ehrlich, nee, zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Grenzkontrollen zwischen den EU-Mitgliedstaaten finde ich nicht cool. Also ich weiß wieder, was ihr wollt, ne. Ihr wollt wieder mit die Flüchtlinge kontrolliert werden, ne. Also ich möchte die Außengrenzen schützen im Falle von nicht-europäischen Ländern. Und zwar, also was ich will, ist, dass man die Einfuhr von Leuten drosselt und auch strenger kontrolliert, die hier rein wollen, die halt alle hierhin strömen. Das, dafür bin ich. Aber ich möchte keine Grenzkontrollen zwischen EU-Mitgliedstaaten haben. Versteht ihr? Oder Österreich, genau, will da entspannt reinfahren. Ja, ich auch. Ich will dann auch entspannt nach Holland fahren, ohne dass man glaubt, ich würde da mit Tonnen an Weed zurückkommen. Ja, was ja völliger Bullshit ist, weil ich ja auch überhaupt gar kein Kiffer oder sowas bin. Aber ich habe auch keinen Bock, mich jedes Mal dann, oh, und dann haben sie irgendwelche Waren dabei, Gras und Teile, ich sage nein, ich bin Gegenteil, so wie Schwarz und Weiß, Gegenteil, so wie Quadrat und Kreis, Salat und Fleisch. Ja, komm, ich drücke auf die Stimme zu mit meinem, was ich gerade gesagt habe. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Ja, auf jeden Fall, finde ich gut so, durch Volksabstimmung. Obwohl das nicht gut ist, weil Volksabstimmung, dann werden sie ja alle dafür, dass die Ukraine in die EU kommt. Ach komm. Die EU soll den Anbau von weiteren gentechnisch verändernden Pflanzensorten erlauben. Hehehe, ganz sicherlich nicht. Nein. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Also ich sage mal so, wir sind ja keine Unmenschen. Wenn Frauen in anderen Ländern wie Scheiße behandelt werden, drücken wir es einfach mal so aus. Und sie wollen nach Deutschland kommen, weil sie neues, vor allen Dingen auch freies Leben führen wollen. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und sie sich an unsere Geflogenheiten halten, sie unsere Kultur akzeptieren und mindestens eine Liegestütze pro Tag machen, dann Spaß. Aber wenn sie das dann alles so machen und sie wirklich hier hinkommen, weil sie in den Ländern geknechtet werden, nur die Frauen, ganz wichtig, ja die Frauen mit ihrem Kind natürlich, aber nur das, dann würde ich sogar sagen, da stimme ich zu. Aber auch das könnte natürlich wieder missbraucht werden. Also die Männer müssen definitiv da bleiben. Also die kommen auf gar keinen Fall. Nur die Frauen. Die benehmen sich ja wenigstens, muss man ja dazu sagen. Also in der Regel benehmen die sich ja. Da sage ich mal, ich stimme zu. Wir wollen ja den Frauen hier auch dann ein freies Leben ermöglichen. Urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. Ich als Content Creator sage, ja, absolut. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Absolut klar. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Ja, weil ich möchte langsam, warum mache ich mich hier kleiner, keine Ahnung. Ich möchte, dass Frieden ist. Ich möchte einen Friedensvertrag. Ich möchte, dass das Morden aufhört. Und ich möchte vor allen Dingen, dass diese Kriegslust aufhört. Deswegen sage ich, ich stimme zu. Das Erasmus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studenten, die über wenig finanzielle Mittel verfügen, höher sein. Ja, natürlich. Jeder soll das gleiche Recht auf Bildung haben. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige. Natürlich. Auf jeden Fall. Ja, klar. Worüber reden wir, Alter? Was sind das für Fragen, Alter? Worüber reden wir hier? Das sind Sachen, die selbstverständlich sein sollen. Man merkt richtig, wie diese Welt oder dieses Volk sich richtig zurückentwickelt hat. Ja, klar. Atomkraft an die Macht. Ja, immer weiter damit. Oder stellt die Tesla-Spulen auf. Ist mir egal. Aber dieser ganze andere Dritter muss weg. Inklusive die grünen Politiker. Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Ne, ich stimme mich nicht zu. Weil das nämlich in der Regel immer ausgenutzt wird. Und außerdem sollten wir die Fachkräfte... Ich will es kurz erklären. Für alle Leute da draußen, die jetzt denken, ich bin der Obernazi. Ich will nochmal eins zurückgehen. Was hier? Ich will es kurz erklären für alle, die mich jetzt für einen Obernazi halten. Erstmal, die Fachkräfte aus anderen Ländern anzuwerben, halte ich für moralisch nicht so vertretbar. Weil die fehlen dann nämlich in diesen Ländern. Damit machst du die Länder nämlich auch kaputt. Und ich finde, dass wir hier genügend ausgebildete Kräfte haben. Und vor allen Dingen, dass wir hier im eigenen Land die Bildung fördern sollten. Dass wir eben auf keine Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sind. Und wenn dann nur, so wenig wie möglich. Ja, das ist hier ganz, ganz wichtig. Das möchte ich hier mal gesagt haben, bevor ich es wieder so... Nazi! Ne, hat da gar nichts mit zu tun. Man muss ja auch mal an die Länder denken. Die Beteiligung außer europäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Die Beteiligung außer europäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll... Ja, ich sag mal Stimme zu. Ob ich da jetzt nur eine Meinung zu hatte. Der Präsident bzw. die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgern direkt gewählt. Ja, absolut. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausschuss von CO2 zahlen müssen. Stimme nicht zu. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenze stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Absolut. Stimme zu. Klar. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. Stimme nicht zu. Absolut nicht. Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Stimme nicht zu. Ja, dann nochmal. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt werden wir das Ergebnis sehen. Und das Ergebnis ist, alle anklicken ganz unten. Soll ich mal alle ganz anklicken? Ja genau, machen wir es mal. Ja genau, hier können sie alle gleichzeitig anklicken. Ihr habt recht, dass noch ein besseres Ergebnis kommt dabei raus. Dann gucken wir mal, bei welcher Partei ich dann demnächst der neue Bundeskanzler werde. Und wir machen, und es ist, es wird spannend, es wird spannend, oh, an die Basis, was ist denn hier los? Die Basis mit 84,2%, das ist doch ein Applaus wert. Ja. Die Basis, auf jeden Fall. Auf Platz 2 kommt die AfD, tatsächlich hier, wenn wir mal kleiner, könnt ihr es besser sehen alles, ist die AfD mit 81,6%. Ja, ja, ich alter Nazi, hätte dann die AfD scheinbar gewählt hier. Warum wird mir das jetzt hier angezeigt? Achso, achso, man muss ja hier immer so draufklicken. Ja, ich verstehe. Äh, dann auf Platz Nummer 3, Heimat. Die Heimat, die 1964 als NPD gegründete Heimatpartei, ist eine rechtsextremistische Partei, deren Konzept laut Bundesverfassungsgericht auf die Beseitigung der friedlichen demokratischen Grundordnung gerichtet ist. Ihr Ziel ist es, an der ethnischen Volksgemeinschaft ausgerichtete autoritärer Staat. Ja, also ihr seht, ein perfektes Ergebnis, das direkt auf Platz 2 ist hier. Ja, also der Verfassungsschutz hat sich jetzt erstmal einen Eintrag gemacht. Ja, alles klar. Möglicher NPD-Wähler, das schreiben wir mal dann in seine Akte rein. So, ja. Sagt ja keiner, dass ich das wählen würde. Kann ich ja nix für, wenn das hier auf Platz 3 ist. Ja, hier die Basis ist aber dafür auf Platz 1. Ihr seht, die Basis ist ja kein rechtsradikale Partei. Und übrigens die AfD eigentlich auch nicht. Ja, egal. Was ist denn ABG? Was ist das denn? Auktion Bürger für Gerechtigkeit. Die AGB wurde 2020 gegründet. Sie erkennt den Menschen, äh, den Menschen verursachten Klimawandel nicht an. Sehr gut. Das ist schon mal, das ist die Partei, die ich brauche. Will alternative Heilmethoden fördern und fordert unter anderem Volksentscheide nach Schweizer Vorbild. Sie fordert den Austritt aus der EU und die deutsche Staatsbürgerschaft nur für Menschen mit deutscher Abstammung. Ja, ey, äh, bis hierhin hat mir, also ich bin ganz ehrlich, bis hier hat mir das gut gefallen. Also bis hier. Aber das hier, muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich nicht der Meinung. Dann Menschen nur die Staatsbürgerschaft zu geben, die deutsche Abstammung sind, halte ich tatsächlich ein bisschen für zu übertrieben, bin ich ganz ehrlich. Weil, äh, es gibt auch Menschen, die sich wirklich perfekt integrieren und auch sich komplett in Deutschland eingegliedert haben mit allem Zippi-Zappi. Also wirklich mit allem Zippi-Zappi. Die, also hundertprozentige Deutsche sind von ihrem, von ihrer Lebenskultur her. Und denen dann die deutsche Staatsbürgerschaft zu verweigern, das halte ich ehrlich gesagt für ein wenig zu radikal. Das ist leider auch nicht so, wo ich jetzt gesagt hätte, da könnte ich jetzt ein bisschen mit liebäugeln. Naja, Tierschutz, mal gucken. Auktion Partei für Tierschutz. Die seit 2017 bestehende Tierschutz hier fordert im Rahmen der Tierschutz und Umweltschutz ist unter anderem einen besonderen Schutzstatus für Tiere und eine nachhaltige Landwirtschaft. Jagen und Angeln von Tieren als Freizeitsport will sie ebenso verbieten wie das rituelle Schlachten aus religiösen Gründen. Ohne Scheiß. Gut. Ja. Also, da habe ich ja eine Partei gefunden. Also wenn es um den Tierschutz geht, leider weiß ich nicht, was sie sonst noch so wollen. Nicht, dass sie danach irgendwie, keine Ahnung, die volle Kontrolle, dass man nur im Land bleiben darf und dann gibt es irgendwelche Impfpässe und sowas. Aber hier, also bis jetzt auf jeden Fall gut. Tierschutzpartei hat sich gut dann. Finde ich gut. Menschliche Welt. Die, die Partei Menschliche Welt. Wer ist das denn? Gucken wir mal. Menschliche Welt. Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller. Klingt jetzt richtig spirituell. Die Menschliche Welt wurde 2013 gegründet. Ihre Politik möchte sie auf eine spirituelle Lebensführung und dezentralen Gemeinwohlwirtschaft aufbauen. Themen wie Friedenspolitik, eine ökologische Landwirtschaft und wirtschaftliche Gerechtigkeit spielen eine wichtige Rolle in ihrem Programm. Klingt ganz gut, aber auch hier sehe ich Gefahr unterwandert zu werden und das klingt so richtig nach, ja Kommunismus, genau. Wollte ich gerade sagen. Jetzt hat es gerade jemand geschrieben. Das könnte Kommunismus sein. Ja und deswegen, nee. Bündnis Deutschland. Lesen wir mal. Vom Bündnis Deutschland kenne ich eigentlich gar nicht. Ich kenne diese Partei, die existiert, noch nie mit der auseinandergesetzt. Mal gucken. Bündnis Deutschland. Bündnis Deutschland, das seit 2022 bestehende Bündnis Deutschland gilt als rechtskonservativ und wirtschaftsliberal. Partei nehme ich an. Die Partei setzt unter anderem auf individuelle Leistung, Eigenverantwortung und die Stärkung des ländischen Raums. Durch einen Parteiübertritt ist sie mit einem Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten. Bündnis Deutschland. Ja, rechtskonservativ. Also ich bin ja auch, also ein bisschen konservativ bin ich. Wenn es um die Familienstruktur geht, bin ich halt konservativ. Das heißt, ich bin das Familienoberhaupt. Ich habe immer Recht, ja. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber ich bin für das klassische Familienbild tatsächlich. Also ich bin jemand, also ich nur persönlich, ohne dass ich das jetzt jemandem aufschwatzen will da draußen. Ja, also um das direkt mal zu sagen, ich bin liberal und ich bin ein bisschen konservativ, was Familienwerte angeht. Ja, also ich bin so, dass ich sage, um es kurz zu erklären, ich bin für eine starke Familie, wo Kinder unter guten Bedingungen aufwachsen. Damit will ich sagen, dass Mama und Papa da sind, ja, für die Familie und nicht, dass es da so irgendwelche hochexotischen Familienstrukturen gibt. Nicht das, was ihr jetzt gerade gedacht habt, was ich mit hochexotisch meine, sondern kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich bin halt der Meinung, dass Männlein und Weiblein für die Erziehung von Kindern, die dann gesund und hoffentlich auch gut heranwachsen. Also ich persönlich sage, dass das so die beste Familienform ist. Wenn man Kindern eine relativ kuriose Weltansicht vorlebt, im Sinne des, du kannst dein Geschlecht so oft wechseln, wie man will. Und einem Kind dann verklickern will, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass es 100.000 Unterkategorien gibt und so. Da bin ich ehrlich, ich glaube nicht, dass die Kinder da so gut heranwachsen. Auch vor allen Dingen, was das Mindset angeht, als jetzt bei einem klassischen Familienbild. Das glaube ich nicht. So, und das ist das, darum bin ich konservativ. Genau aus diesem Grund nenne ich mich ja selber konservativ, weil ich es halt schon wichtig finde, dass Kinder in einem ordentlichen Haushalt aufwachsen. Und sie dann auch alles das mitbekommen, was die Natur so gedacht hat. Ich hoffe, dass ich das hier gut erkläre. Deswegen bin ich konservativ. Ansonsten bin ich natürlich liberal. Ja, bedeutet, dass ich für die absolute Freiheit bin. Ich bin so gut für keine Einschränkung des Staates und so weiter, um das hier auch mal zu sagen. Könnte man sich mal angucken, Bündnis Deutschland. Ich weiß zu wenig über die Partei. Vielleicht guckt man sich die mal an. Aber ich halte eh nichts von Parteien. Das ist Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, das kennen wir ja. Die BSW wurde 2014 und anderen von mehreren Abgeordneten der Partei Die Linke gegründet. Sie verbindet wirtschaftspolitische linke Inhalte mit gesellschaftspolitischen, zum Teil konservative Positionen. Sie fordert die europaweite Abrüstung sowie die Wiederaufnahme von Öl- und Gaslieferungen nach Russland. Ja, klingt alles schön und gut. Aber wie sagt man so schön, traue keinem alteingesessenen Linken in der Regel. Auch wenn Bündnis, also Sarah Wagenknecht jetzt, sie ist natürlich noch von der alten Generation, wo damals noch die Linken vernünftig waren. Aber auch da hätte ich zu sehr Angst, dass es da in so eine Kommunismusrichtung gehen würde. Und deswegen wäre das auch für mich, ehrlich gesagt, so, dass ich da einfach Angst habe, einer Gatekeeper-Partei auf den Leim zu gehen. Was Sarah Wagenknecht angeht. Ich meine, klar, das wäre bei den anderen auch so. Und ja, PDV kenne ich überhaupt nicht. Partei der Vernunft. Partei der Vernunft, ja geil, Alter. Was ist das denn? Partei der Vernunft. Seit 2009 besteht die Partei der Vernunft, will die Schaffung eines Minimalstaats, der von seinen Aufgaben zurückgeht, wie andere Organisationen diese erfüllen können. Staatliche Politik soll auf kommunaler Ebene konzentriert werden. Sie bezeichnet die EU als überflüssig und bürgerfern. Oh, warum habe ich denn nur 63,2%ige Übereinstimmung mit dieser Partei? Weil ich so oft auf neutral geklickt habe, ne? Gar nicht so verkehrt. Also auf kommunaler Ebene, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Was sagt ihr zu der Partei hier? Partei der Vernunft? Klingt ja, ja, klingt vernünftig. Würde ich aber auch mal sagen. Das ist eine Partei, die sehr vernünftig klingt. Deswegen heißt sie auch Partei der Vernunft. Kann man sich mal mehr angucken? Ich markere mir das mal, wo ich sage, da werde ich mal nachgucken. Ich werde mir das alles mal grün markieren. Ganz ehrlich, Leute, ich sage euch ganz offen und ehrlich was. Wenn Parteien wirklich was verändern könnten und wir wirklich daraus eine bessere Welt machen könnten, dann hätte ich schon längst eine Partei gegründet. Dann sage ich euch so, wie es ist. Dann hätte ich auch die Camp Trails direkt verboten, die ja immer geflogen werden. Dann gäbe es die Camp Trails gar nicht mehr. Aber das Problem ist, dass diese ganzen Großlogen, die im Hintergrund die Strippen ziehen, mit den Eliten zusammen, logischerweise. Weil das ist ja das Ausbildungscamp der Eliten, die Großlogen. Und das ist halt das große Problem. Ja, da kannst du nichts gegen machen. Ich meine, klar, die lassen dich dann ein bisschen im Europäischen Parlament rumsitzen. Das lassen die, das stimmt. Und da kannst du da ab und zu mal abstimmen. Da kannst du da mal eine schöne Rede halten. Aber letztendlich entscheidest du nichts. Und das ist das Problem. Deswegen, ich wäre ja schon längst in der Politik, wenn ich was verändern könnte. Aber du veränderst nichts. Bündnis C, weil ist das Bündnis Corona oder was? Bündnis Christen für Deutschland. Ja, das ist mir dann aber auch schon wieder zu religiös angehaucht und zu sektenmäßig. Bündnis Christen entstand 2015 aus der Fusion zweier christlicher Parteien. Position wie die Förderung der traditionellen Familie, die Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen oder der Schutz der Umwelt leitet sie aus christlichen Werten und einem biblischen Menschenbild ab. Gar nicht so verkehrt, wenn ich sagen darf. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Also man muss sagen, Schutz der Umwelt, traditionelle Familie, die Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen nur im absoluten Notfall gestattet. Ist eigentlich genau das, was ich ja eben gesagt habe, aber trotzdem nur 60,5%ige Übereinstimmung. Die markere ich mir mal. Aber ja, Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Was? Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung wurde 2050 gegründet. Ihr einziges politisches Thema ist die Bekämpfung von Alterskrankheiten durch Förderung der schulmedizinischen Forschung. Hierfür fordern sie mehr Mittel aus den öffentlichen Haushalten. Warum habe ich mit denen eine 55,3%ige Übereinstimmung, wenn die nur ein Thema haben? Wie kann das sein? SGP, Sozialistische Gleichheitspartei, vierte Internationale. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Die marxistische SGP wurde 1971 gegründet. Ihre Ziele sind die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse, der Sturz des Kapitalismus und die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa. So wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Linksextrem mittig eingestuft. Ah, ich habe meine Partei gefunden. Hier ist sie, die SGP. Ja. Da ist sie. Ich habe lange nach einer Partei gesucht. Ja, natürlich. Was ist das für eine Schmutzpartei? Ja, sowieso nicht. Ja, es wird, glaube ich, hier zu viel werden, das hier alles noch vorzulesen, oder? Wir machen mal schnell durch Lauf. B.I.G. Bündnis Innovation und Gerechtigkeit. Die B.I.G. in Statt 2010 aus dem Zusammenschluss mehrerer regionaler Wählervereinigungen. Sie setzt sich unter anderem für eine multikulturelle Gesellschaft, das Wahlrecht für alle Menschen, mit Einwanderungsgeschichte und die rechtliche Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften ein. Nein, das führt wieder nur zu Chaos, demokratische Allianze, Vielfalt und Aufbruch. Sie wollen alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichten einrichten, ein positives Bild des Islams fördern und wir machen weiter. Die Partei ist eine Satirepartei, brauchen wir gar nicht zu lesen. Marxistische, nein. Deutsche, nein. Nein. Familienpartei Deutschlands, die Familienstandardzeit 1,8, setzt sich für die Stärkung der Familien ein, worunter sie jede Lebensgemeinschaft von Eltern mit Kindern versteht. Sie fordert unter anderem ein sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt für Eltern. 2014 gewann sie jeweils ein Mandat. Gar nicht so verkehrt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Familienpartei, also dass sie hier Erziehungsgehalt fordern. Also wenn ich das richtig verstehe, ich könnte mich revidieren, wenn ich das jetzt falsch verstehe. Also ich verstehe das so, dass für die Erziehung der Kinder Geld bekommt. Warum nicht? Also das finde ich eigentlich ganz gut. Also die Familie muss immer gestärkt werden, so bleibt es ein guter und starker Staat. Die Familie ist das A und O und das sind immer die Nachkommen. Also hier, auf jeden Fall, hört sich ganz gut an. Ja, PDF, wann ist das? Die PDF-Datei? Partei des Fortschritts fordert die Elemente wie Volksabstimmungen. Ihre eigene Position finden sie in einem basisdemokratischen Prozess. Sie bekennt sich zur europäischen Einigung und fordert unter anderem eine konsequente Energiewende sowie den Ausbau öffentlicher... Nein, 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 nein. Adios, adios. Piraten waren früher mal gut, heute sind die leider scheiße deswegen. Ja, das alles, was jetzt kommt, ist ja Dreck. Da brauchen wir jetzt gar nicht zu gucken. Letzte Generation ist ja klar, was das ist. Was ist das? Die V-Partei? Das ist die Verräterpartei? Oder was ist das? Vegetarier und Veganer? Ja, gut. Das ist jetzt auch jetzt nicht so schlimm. Setz dich für bio-vegane Ausrichtung der Landwirte sowie den Ausstieg aus der Nutztierhaltung ein. Die Beendigung von Waffenexporten, nachhaltige Entwicklungsprojekte und eine Stärkung des Europäischen Parlaments sind weitere Programmpunkte. Ganz ehrlich, hört sich gut an. Kann ich jetzt noch nicht mal haten, was hier steht. Freie Wähler. Ja, das ist auch so eine Gatekeeper-Partei. Leider auch sie sind nicht so gut, wie man denkt. Und Tierschutzpartei, warum ist sie so weit unten? Schutz von der Umwelt und Tieren. Ihr Ziel ist unter anderem die Aufnahme von Grundrechten für Tiere mit einem eigenen Artikel ins Grundgesetz. Hallo? Warum habe ich nur 31,6 Prozent? Was soll das? Hier, die marke ich mir. Klar. Klima brauche ich gar nicht zu lesen. Das auch nicht. Grüne auf dem letzten Platz. Das ist so ein Applaus wert. Ja. Die Grünen sind bei mir auf dem letzten Platz. Ja. Seht ihr? Das zeigt, dass ich geistig gesund bin. Ja, dass bei mir die Grünen auf dem letzten Platz gelandet sind. Seht ihr? Also, wenn ihr mal einen psychologischen Test machen wollt, einfach die Fragen jeweils gemäß beantworten. Und wenn die Grünen bei euch auf dem letzten Platz sind, dann wisst ihr innerlich, alles klar. Ihr habt eine gesunde Psyche. Ja, das kann man immer wieder sagen. So, ja. Trotzdem muss ich abschließend natürlich hier nochmal ganz klar sagen, ich bin jemand, der Parteien leider nicht vertraut. Ja, weil ich nämlich finde, dass das einfach nur gespielt wird, um uns abzulenken, um von den wahren Strippenziehern abzulenken. Deswegen ist es nun mal leider so, dass ich da nicht wirklich eine Zukunft sehe. Und ich finde, dass wir ein anderes System brauchen, weil leider schon zu viel Scheiße gebaut worden ist in der Vergangenheit, was diese ganzen politischen Parteien angeht. Das ist nur meine persönliche Meinung und deswegen finde ich es immer sehr schade, was diese ganzen Parteien da draußen angeht. Wenn es irgendeine Chance gäbe, dass sich wirklich für die Zukunft vieles zum Positiven verändert, würde ich sofort eine Partei wählen. Ich würde so viele Leute kennen, die man in diese Partei holen kann. Und wir würden den Laden mal ordentlich aufräumen. Im wirklich positiven Sinne. Leider ist es nicht so. Aber ja, das mal eben zu dem Wahl-O-Mat. Das ist nicht so.